DxO feiert sein 20-jähriges Bestehen. Bis zum 7. Juli 2024 bietet DxO einen Rabatt von 20% auf alle seine Produkte an. Das sind die Bildbearbeitungsanwendungen Photolab 7 in der Elite-Edition und der Essential-Edition. DxO Pure Raw 4, DxO Viewpoint 4, DxO Film Pack 7 und die DxO Nick Collection 7. In der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu den DxO-Angeboten. Dieses Ereignis, und es ist wirklich ein ganz besonderes Ereignis, denn DxO ist extrem sparsam mit Sonderangeboten. Also, dieses Ereignis nehme ich zum Anlass, einen langgeheckten Wunsch einiger meiner Zuschauer zu erfüllen. Zum einen geht es um DxO Photolab 7. Zum anderen um meinen persönlichen Workflow. Nachdem ich schon oft gefragt wurde. Die Antwort ist halt nicht ganz so einfach, da ich nicht ausschließlich mit DxO-Software arbeite. Allerdings ist Photolab 7 einer meiner Top-Favoriten. Interessiert euch mein Workflow mit DxO Photolab 7? Verpasst nicht das Video dazu. Ich habe es bereits in Arbeit. Es erscheint in Kürze. Wenn ihr beim Abonnieren meines Kanals nicht vergesst, die Glocke zu aktivieren, werdet ihr benachrichtigt. Ich hoffe also, wir sehen uns dann bei meinem nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund. Tschüss. Und dann instructorsvorabschst nicht mehr. Ich hoffe noch nicht.